Hello there und willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich mit euch über den neuen Solo Self-Revive reden, über den die Community gerade etwas zwiegespalten ist. Das ist aber heute nicht unser Thema. Ich möchte euch heute einfach nur zeigen, was es mit dem Self-Rest auf sich hat, also wie ihr funktioniert und was ihr gegen ihn unternehmen könnt. Ich habe das Video wie immer in Zeitstempel unterteilt, also es gibt einfach zu den Parts, die euch interessieren und ich würde sagen, fang auch direkt mal an. Nochmal ein ganz kurzer Disclaimer, bevor wir mit dem Video starten. Ich habe nicht alles als Solo aufnehmen können und deshalb auch mit meinem Maid ein paar Sachen aufgenommen im Team. Das ändert allerdings nichts an den Sachen, die ich vorstelle. Es funktioniert alles dennoch genauso, wie ich es gezeigt habe. Wie funktioniert der Solo Self-Revive? Bereits im Devil's Moon Event hat Crytek dieses Feature ausgetestet, damals noch als Part einer der drei Event-Packs, jetzt aber ist es permanent im Spiel enthalten. Der Self-Rest funktioniert nur als Solo und das nur, wenn ihr den Trade Necromancer auf eurem Hunter habt. Sterbt ihr, könnt ihr euch nach 10 Sekunden selbst wiederbeleben und das so oft, wie ihr Balken habt, minus 1. Minus 1, weil ihr euch natürlich nicht mehr wiederbeleben könnt, wenn ihr euren letzten Balken verliert. Um es aber nochmal etwas zu verdeutlichen. Habt ihr insgesamt drei große Balken, könnt ihr euch zweimal wiederbeleben. Habt ihr zwei große und zwei kleine Balken, könnt ihr euch dreimal wiederbeleben. Und bei einem großen und vier kleinen Balken, könnt ihr euch viermal wiederbeleben. Es ist also genau dasselbe, wie beim ganz normalen Wiederbeleben von Teammates, außer, dass ihr euch nicht selbst Red Skull reviven könnt. Falls ihr nicht wisst, was das ist, verliert ihr alle eure Balken, könnt ihr nicht mehr ohne weiteres wiederbelebt werden. Euer Mate muss ein Bounty mit sich tragen, um euch wiederbeleben zu können. Das zieht ihm auch 50 AP ab, aber keine Sorge, töten kann euch der Red Skull Revive nicht. Eine Zeitbegrenzung, wie lange ihr euch selbst wiederbeleben könnt, gibt es nicht. Beziehungsweise doch. Feuer. Womit wir auch gleich zu den Tipps kommen, wie ihr gegen den Solo Res vorgehen könnt. Counter für Solo Res. 1. Anzünden. Das ist das Offensichtliche und solltet ihr eigentlich immer machen. Allerdings hat man nicht immer gerade eine Feuerbamme oder Laterne zur Hand, aber dafür gibt es auch ein paar Tipps. Haltet Ausschau nach Laternen Grunts. Diese findet ihr überall und lassen bei Tod ihre Laterne fallen. An jedem Supply Point befindet sich ein Fixborn für eine Laterne, plus natürlich auch Toolboxen, wo ihr Feuerbomben looten könnt. Wichtig hierbei, an den Wasser Supply Points, also bei den Booten, gibt es keine Laternen. Das gilt ausschließlich für die Supply Points am Land. Bei Möglichkeit könnt ihr einen Emulator oder Miner Grunt mit eingeschalteter Helmlampe auf der Leiche entzünden lassen. Beides aber super situationsbedingt und da sich Miner Grunts eh nur in wenigen Compons befinden, sollten dort eigentlich Laternen zu finden sein. Vollständigkeitshalber würde ich es aber dennoch erwähnen. Oder ihr lootet eine Feuerbombe direkt vom toten Solo selbst. Vergesst dabei auch nicht, dass ihr Gegner wieder looten könnt, sobald sie erneut sterben. Also wenn der Solo vor euch wieder aufsteht, bevor er überhaupt brennt, könnt ihr ihn gleich nochmal looten und euer Glück erneut versuchen. Ansonsten natürlich immer auf eure Umgebung achten, ob der Solo unter einer Laterne oder neben einem gelben Fass bzw. in einer damit verbundenen Ölspur liegt. Grundsätzlich empfehle ich normale oder Liquid Firebomben am meisten, wenn ihr vorhabt den Solo weiter abzukampen, da diese für 2 Minuten brennen und ihr, falls der Solo wieder Selfrest, nicht wieder ein neues Feuer suchen müsst. Hierbei ist nämlich auch noch zu erwähnen, dass Feuer der Laterne brennt etwas kürzer als ein kleiner Balken abbrennt. Solos können ihren Revive so timen, dass das Feuer einer Laterne nicht mehr brennt, wenn sie aufstehen, was bedeutet, dass sie, wenn sie gleich wieder sterben sollten, nur den bereits fast abgebrannten Balken verlieren. Merkt euch das, wenn ihr Solos mit Laternen anzündet und habt sie wenigstens so lange im Blick, bis das Feuer für ein paar Sekunden aus ist. Zweitens, Traps. Platziert fallen auch Solos drauf, dabei ist es egal, ob Bärenfalle, Konzertina oder Päusenfalle, alles kann praktisch sein. Problem dabei nur, der Trade Resilience plus die Antidote Shot. Mit Resilience überlebt der Solo nämlich sowohl Bärenfalle, Konzertinafalle als auch die Kombo aus den beiden. Die bekannte Trap-Kombo aus Konzertina und Poison Trap überlebt er nur mit Resilience und einer Antidote Shot, die Giftschaden komplett negiert. Dennoch lohnen sich die Traps, vor allem die Konzertina Traps, da sie, selbst wenn sie den Solo nicht töten, Lärm erzeugen, wodurch ihr aus der Ferne wisst, dass er wieder aufgestanden ist und den Solo wieder einiges anleben und auch Zeit kostet. Ein blutender Solo mit wenig HP wird sich noch kurz hochhalten müssen, bevor er sich wieder ins Geschehen einmischen kann, was euch für Schüssen in den Rücken schützen kann. Drittens, Konzertina und oder Poison Bombs. Ähnliches Szenario wie bei den Traps, jedoch mit gewissen Unterschieden. Der signifikanteste Unterschied liegt hierbei bei der Item Art. Während ihr mit den Trip Mines einen Toolslot für das ganze Match opfern müsst, sind die jeweiligen Bomben Consumables und können nach Benutzung durch andere praktische Consumables ersetzt werden. Poison Bombs bleiben für ganze 5 Minuten erhalten und blockieren somit den Revive für Solos ohne Resilience und Antidote ausreichend lange, um längst über alle Berge zu sein. Ähnliches Prinzip bei der Konzertina Bombs. Hat der Solo kein Resilience, kann dieser das Spiel auf jeden Fall knicken. Da er keine Chance hat, da wieder lebend rauszukommen, sollte niemand anderes den ganzen Draht entfernen. Mit Resilience sieht die Sache wieder etwas anders aus. Damit kommt der Solo nämlich aus Giftwolken heraus und den ganzen Draht überlebt er tatsächlich auch, wenn er Geduld hat und sich nicht sofort bewegt nach dem Aufstehen. Das Nützliche daran ist allerdings wiederum, dass es ihn super viel Zeit kostet, aus dem Drahtchaos wieder rauszukommen und rausschießen ist auch nicht optimal. Werft ihr beides auf die Leiche, kann auch der Solo mit Resilience das Überleben knicken, insofern er natürlich keine Antidote hat. Eine Feuerbombe plus Konzertina ist allerdings auch eine gute Kombo, um dem Solo auch nach dem Res unter Druck zu setzen, schnell von der Stelle zu kommen, um nicht noch mehr Balken zu verlieren. Zusammengefasst ist eine Konzertina-Bomb eure sicherste Option, um den Solo für einige Zeit erstmal kampfunfähig zu machen. Viertens, Konzertina-Pfeile und oder Poison-Bolts. Dasselbe Prinzip wie bei den Bomben, bloß abgeschwächter. Keine große Empfehlung von mir, aber wenn ihr die Waffen eh dabei habt, schadet es auf jeden Fall nicht. Fünftens, Hive-Bombs. Eine weitere Option, die jedoch nicht die optimalste ist. Der Vorteil an Hive-Bombs ist, dass man sie oft lootet, woingehend man Poison- und Konzertina-Bombs ingame nur als World-Spawn finden kann. Nachteil ist, dass sie ziemlich schnell wieder despawnen, leicht zu entfernen sind und ihr selbst euch nicht in der Sichtweite der Hive-Bomb befinden dürft, da sie sonst euch aggroht. Dennoch kaufen auch diese Bomben euch Zeit, weiterzulaufen oder zu reagieren. Da der Schwarm einen Schrei von sich gibt, wenn er einen Spieler aggroht und der Solo sich mit Schlägen verteidigen muss, also dabei leer macht und abgelenkt ist, wenn er nicht sogar an dem Schwarm selbst stirbt. Sechstens, Schock-Bombs. Falls ihr wirklich keine der bereits genannten Optionen habt, könnt ihr den Solo wenigstens immer noch choken, damit ihr beim Wiederbeleben hustet, was einerseits praktisch ist, um ihn zu hören, wenn ihr noch in Reichweite seid und zweitens stört das Husten beim Zielen, was es für den Solo für ein paar Sekunden erschwert, euch abzuschießen. Siebtens, Weglaufen, Antäuschen. Ein Solo muss sich rein auf Sound verlassen, sobald er am Boden liegt. Ihr könnt versuchen, den Solo-Revive zu baiten, indem ihr antäuscht, einfach weiterzulaufen, aber dabei weiterhin den Solo im Blick behaltet. Versucht dabei nicht nur zu sprinten, sondern springt und schlagt auch weiter weg, lauft durch Dosen, Glassplitter etc., löst Tiere aus, schießt vielleicht auch und so weiter. Gebt dem Solo einfach Sound Cues, um ihm ein falsches Gefühl der Sicherheit zu geben. Habt dabei einfach ständig den Solo im Blick und schießt ihn ab, sobald er sich entscheidet, aufzustehen. Im Team ist das besonders praktisch und einfach. Einer kann einfach weiterlaufen und leer machen, während ein anderer noch etwas zurückbleibt, um den Solo genau zu beobachten. Vorzugsweise einer mit einer Long-Mail-Rifle oder ähnlichem, um den Solo trotz Resilience mit einem Schuss wieder zu töten. Oder ihr achtet alle gemeinsam auf den Solo und schießt ihn gemeinsam ab, sobald er aufsteht. Ihr merkt schon, ihr könnt damit herum experimentieren. Ich persönlich habe das oft während des letzten Events gemacht und es hat meistens, wenn nicht sogar immer, funktioniert. Mein persönlicher Favorit unter den ganzen verschiedenen Methoden. Ich persönlich habe das oft während des anderen Methoden. Achtens, Waffen entleeren. Was ich sehr oft während des Events gemacht habe und auch gerne hin und wieder bei Gegnern mit Mates, die Necro haben, mache, ist es die Waffen zu leeren. Entweder ihr leert nur die geladene Munition oder ihr verschießt auch alle Reserven mit. Verbraucht ihr alles, ist er quasi komplett wehrlos, besonders auf Range und schießt ihr nur die geladene Munition leer, ist er je nach Waffe für bestimmte Zeit erstmal wehrlos. Alles komplett verbrauchen dauert natürlich deutlich länger, aber es ist auch sicherer. Außerdem kann es sein, dass der Solo panikt und währenddessen wieder aufsteht, um euch dabei zu unterbrechen, wenn ihr merkt, was ihr gerade macht, wodurch ihr ihn dann ganz einfach wieder umboxen könnt. Hier seht ihr jetzt ein Negativbeispiel. Ich wurde vom Hunter getötet und habe dann einfach mal zugehört, was er so treibt. Ich höre, wie er mich lootet. Danach sprintet er zu seinem Mate, währenddessen habe ich auch nicht gehört, dass er sich gehealt hat oder sonstiges, also entscheide ich mich einfach, nachdem er etwas Abstand gewonnen hat, wieder aufzustehen, drehe mich um und erschieße ihn. Hätte er meine Waffe entleert, werde das nicht passiert. Neuntens, Voice Chat. Der Proximity Voice Chat ist eines der besten Features in Han Shodun. Auch als Leiche hört man immer noch andere Spieler, insofern man die Option nicht ausgestellt hat und genau das könnt ihr zu eurem Vorteil benutzen. Sagt dem Solo, dass er eigentlich gleich das Spiel verlassen kann, weil ihr ihn jetzt eh anzünden und abcampen werdet. Ihr denkt euch, was heim Bullshit? Hm, naja. Hey Mate, so we're gonna burn you in a second, so you can just leave right away and save your Bars. Thank you. Ehrlich gesagt habe ich damals nicht damit gerechnet, dass das funktioniert. Für die, die nicht wissen, was hier gerade passiert ist, das Geräusch und das Licht, das aus der Leiche des Solos kam, war der Event Trade Death Cheat, mit dem ihr eure Hunter ohne ihr Loadout saveen konntet. Verlasst ihr mit Death Cheat ein Match, wird eben genau dieser Effekt als Signal für andere Spieler erzeugt, damit sie wissen, dass dieser Hunter raus aus dem Match ist. Zugegeben, mit dem Death Cheat verlässt man auch eher mal ein Spiel, weil man das Wichtigste, nämlich den Hunter, ja eh behält. Ich werde aber auch in 1.12 ohne Death Cheat genau dasselbe hin und wieder versuchen und auch wenn ich dann keine Bestätigung durch irgendwelche Effekte kriege, bin ich mir dennoch sicher, dass es hin und wieder funktionieren wird. Vor allem, wenn der Solo einmal noch aufstehen sollte und der Instant von euch gekillt wird, sollte er auf euch hören und es nicht wieder versuchen. Ihr könnt aber auch genau das Gegenteil versuchen und dem Solo sagen, dass ihr mit ihm teamen wollt. Es ist nicht verboten und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass recht viele Leute offen für Teams sind, wenn man sie nett fragt. Ich habe es zwar noch nicht probiert, aber ich werde es auf jeden Fall testen, wenn ich die Chance bekomme. Es ist immer noch ein Spiel und es geht darum Spaß zu haben. Mit die besten Momente in Hand hatte ich durch den Voice Chat mit random Leuten und ich bin mir sicher, dass ihr das auch haben werdet. Oder der Solo fällt euch in den Rücken und killt euch. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Hierbei ist noch wichtig zu erwähnen, viele Spieler haben den Voice Chat aus, sobald sie sterben, beziehungsweise sogar komplett aus, weil es nun mal leider viele toxische Leute gibt, die andere teilweise aufs übelste Trash talken und beleidigen. Seid keiner von diesen toxischen Leuten und seid nett zu euren Mitspielern. Trash talking ist fein, solange man es nicht übertreibt. Am besten lässt man es aber komplett sein im Voice Chat. 10. Spielt selbst Solo Das klingt vielleicht zuerst etwas dumm, aber versucht euch doch einfach mal selbst an Solo mit Solo Revive und entwickelt dabei ein Gefühl dafür. Ich habe auf Reddit oft Kritik zum Self-Res gelesen und habe dabei festgestellt, dass einige davon sich selbst kein einziges Mal an Solo mit Self-Res rangewagt haben. Spielt es selbst, schaut wie ihr klarkommt, welche Lowdowns und Spielweise für euch am besten funktionieren, wann ihr eure Revives timet, wie andere Leute gegen euch vorgehen und ich garantiere euch, dass ihr daraus einiges gewinnen könnt. Außerdem schmeckt ein Bounty Extract als Solo jetzt mit dem erhöhten Anadog Bonus noch besser als vorher. Ich mag Solo Gameplay sehr, man lernt ultra viel dabei und die Belohnung ist sehr groß, wenn man rauskommt. Noch ein extra Tipp am Rande, da ich mehrmals Resilience angesprochen habe. Wenn ihr sterbt, seht ihr im unteren linken Eck eures Bildschirms, welches Level euer Killer hat. Es ist nicht akkurat, aber ihr könnt durch das Level eine Idee haben, welche Trades der Gegner bereits besitzt, wenn ihr wisst, dass er Solo ist. Das könnt ihr natürlich auch auf Teams anwenden. Je höher das Level, desto mehr Trades logischerweise. Verleißt euch allerdings nicht zu sehr darauf, da Hunter natürlich auch mit Trades ins Spiel kommen, sie in Game Trades finden können oder vielleicht Upgrade Points durch das dunkle Ritual bekommen haben. Damit hätten wir dann auch die Tipps abgehakt, die ich auf Lage habe zum Solo Res. Falls ihr noch weitere Tipps gegen den Solo Res habt, schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Schreibt auch an sich gerne eure Meinung zum ganzen Solo Change Thema in die Kommentare. Findet ihr sie gut? Findet ihr sie schlecht? Es sind sie euch völlig egal. Ich persönlich, ich kann sie nur begrüßen. Ich spiele sie gerne Solo und ich freue mich über die Changes. Ich mochte auch schon den Self-Res während des Davis Moons Event. Und er ist jetzt mal auch einfach Teil vom Spiel. Wir haben jetzt auch einen 10 Sekunden Timer. Vorher waren es nur 4 Sekunden. Also ich finde es auf jeden Fall dadurch schon mal deutlich besser. Und es bleibt jetzt wohl auch so. Vielleicht wird es noch weiter genervt. Mal gucken, wie die Community sich weiterhin damit auseinandersetzt und wie viele Reddit-Posts wir noch haben werden. Dafür habe ich aber unter anderem auch dieses Video gemacht, damit ihr ein bisschen besser dagegen klarkommt, falls ihr Probleme damit habt. Wie gesagt, es ist jetzt Teil vom Spiel. Wir müssen leben damit umzugehen. Und ihr könnt mir auch gerne auf meinem Twitch-Kanal dabei zusehen, wie ich ständig beim Self-Resen abgefarmt werde. Denn das ist das, was meistens passiert, wenn man Self-Res ist. Aber gut, Link ist in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Und wir sehen uns bis dahin. Tudeloo. 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 Bis zum nächsten Mal.